Wow, Sonja Kirchberger zieht sich mit fast 50 nochmal für den Playboy aus und lässt damit nicht nur Männerherzen höher schlagen. Bereits zum dritten Mal zog sie für das Männermagazin Blank und präsentiert ihren Hammer Körper. In den letzten Wochen postete Sonja viele sexy Bilder von sich in Afrika. Mit schwarzen Overnie-Stiefeln zwischen zwei Leoparden, im weißen Kleidchen vorm Jeep oder einfach nur mit wilder Mähne vor der traumhaften Kulisse Namibias. Warum sie in die Wüste reiste, verriet sie da noch nicht. Heute dann der Post für ihre Fans, Playboy out today. Zu sehen ist die zweifache Mutter in Afrika nur als Schatten mit wilder Mähne und Playboy-Ohren. Dazu verrät sie, wie sehr sie sich über das positive Feedback freue, besonders von Frauen. Aber bei diesem Körper mit 49 kann sie auch stolz auf sich sein.